Wir sind blind für die Wahrheit. Täglich werden wir zugedeckt. Der Spiegel, in den wir blicken müssten, steht auf der anderen Seite der Welt. Die Revolution wird nicht übertragen. Weder im Radio, noch im TV. Sie sagen, Afrika ist kompliziert. Zu viele Menschen. Zu viele Probleme. Aber stimmt das? Die ganze Welt hilft. Aber wem wird geholfen? Obwohl ihre Erde voller Reichtümer ist, wird der ärmste Kontinent immer ärmer. Also reise ich der Frage hinterher. Soll sich dieser Kontinent überhaupt entwickeln? Wenn nicht, ist ihre Hilfe gar keine Hilfe, sondern eher ein gut getarnter Kolonialismus? Habt ihr über den Film Black Panther gehört? Als Punkt der Prinzipien habe ich es nicht. Wichtigstes Ziel der deutschen Entwicklungszusammenarbeit bleibt in die Bekämpfung von Hunger und Armut weltweit. All the money that gets pumped into Africa, also from different NGOs, I find that's also something very strange. Sie rauben ihre Ressourcen, verpesten ihre Felder, kontrollieren ihre Nahrung, kriminalisieren ihre Art zu leben. It's a very rapacious vampire malevolent kind of imperialism is taking place within the food and seed sector. So the solution is not to take the Afrikaners and move them to Europe. The solution is to liberate Africa from certain European countries, who enjoy it and allow these people to live from what they have. Wie lange werden ihre Verträge knebeln? Wie lange bleiben das ihre Kolonien? Do you think that we have sovereign countries in Africa? We will talk about independence, we have our flag, but just the other day you've seen Uganda where you have just come from passed a law in parliament. And the United States reminded them that they have to delete that law. That would be really unfortunate because so much of the economic assistance that we provide Uganda is health assistance. For so many years a conspicuous absence on the respect of the rule of law, human rights, democracy in Africa. But now there is Pontification about you guys not respecting human rights. The United States is all in on Africa's future. Being here was immensely powerful and moving. The killers of Patis Rumumba, those who tapped the top of Kwame Nkuruma, those who killed Nasser, those who killed Muammar Gaddafi, today are coming to teach us about democracy. Um zu verstehen, was unsere Welt erwartet, habe ich tausende Kilometer zurückgelegt, hunderte Begegnungen dokumentiert, auf der herausforderndsten Reise meines Lebens, für eine Handvoll brennender Fragen. You are becoming like Socrates, he was killed because of asking too many questions.